Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir meine Prognose für das Halbfinale der Fußball-EM 2021 zeigen möchte. Und zwar ganz detailliert jetzt nicht nur das Ergebnis, sondern auch wie die Halbzeiten verlaufen werden, wie ich die Spieler so einschätze. Und von daher wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es sind ja vier hochkarätige Mannschaften im Turnier und jetzt schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, wer ist denn dein Favorit jetzt noch? Wer wird Europameister 2021? So, das sind jetzt hier die zwei Spiele, einmal am Dienstag und einmal am Mittwoch, jeweils um 21 Uhr. Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark haben wir hier im Angebot. Und ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Mannschaften. Bei Dänemark hätte man wahrscheinlich gar nicht vermutet, dass sie so weit kommen würden. Aber auf jeden Fall eine Top-Top-Mannschaft, die wirklich gezeigt hat, dass sie da mit Herz wirklich sich durchkämpfen können und wirklich tollen Fußball spielen können. Wir beginnen mit Italien gegen Spanien, das erste Spiel am Dienstag um 21 Uhr. Und ja, das sind ja zwei Mannschaften, denen man es durchaus zugetraut hat, hier so weit zu kommen. Und jetzt natürlich wird es sich für eine Mannschaft hier dann ausgespielt haben. Und ja, was denke ich, wie das Spiel ausgehen wird? Ich denke ganz ehrlich, nach 90 Minuten wird es ein Unentschieden geben. Also ich glaube ganz ehrlich, dass beide Mannschaften auf dem gleichen Niveau sind. Die Italiener hier leicht favorisiert, weil sie eben einfach konstanter spielen, weil sie insgesamt einfach eine solidere Leistung gebracht haben. Ich glaube insgesamt wird es aber über 3,5 Tore geben, also sehr, sehr starkes Torschützen fest werden und einfach bei beiden Mannschaften sehr, sehr gut spielen. Auf hohem Niveau mit viel Ballbesitz, mit tollen Offensivspielern. Und ich denke aber letztendlich wird dann auch Italien weiterkommen. Ob das in der Verlängerung sein wird oder im Elfmeterschießen, das muss man natürlich noch dann sehen. Das ist natürlich nicht mehr ganz so leicht vorhersehbar, aber insgesamt glaube ich, dass es schon in der ersten Halbzeit richtig abgehen wird, über 1,5 Tore geben wird. Die Quote ist auch sehr, sehr gut mit 3,3 und letztendlich nach 90 Minuten glaube ich, dass es ein 2 zu 2 geben wird. Und dann, wie gesagt, Elfmeterschießen oder Verlängerung. Ich glaube ganz ehrlich eher in der Verlängerung, dass es sich da entscheiden wird. Was aber hier auch interessant ist, weil es wirklich zwei Mannschaften auf gleichem Niveau sind, dass man hier so eine Halbzeit-Endstandwette nimmt, wo man sagt, okay, Mannschaft 1 zum Beispiel gewinnt die erste Hälfte und dann gewinnt aber Mannschaft 2 das gesamte Spiel. Da sind die Quoten sehr, sehr hoch und gerade bei solchen Spielen, wo zwei Mannschaften wirklich auf einem Niveau spielen, für mich immer sehr, sehr gut als Absicherung. Von daher hier auf jeden Fall sicherlich für mich das interessanteste Spiel von diesen Halbfinals Italien gegen Spanien, weil da ist wirklich sehr, sehr viel offen noch. Dann das zweite Spiel, England gegen Dänemark. Ja, wie gesagt, die Dänen, absolut grandios, haben sich da durchgekämpft bis ins Halbfinale. Die Engländer waren ja am Anfang auch sehr, sehr unschön anzuschauen, was die Spiele angeht. Also nicht so besonders überzeugt, aber jetzt gerade die letzten zwei Spiele wirklich sehr, sehr stark. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich die Engländer hier dann eben auf dieser Erfolgswelle dann weiterreiten können und hier sich durchsetzen können. Dementsprechend auch mit den Buchmacherquoten von 1,7 sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie gewinnen werden. Auch hier glaube ich, dass es über 2,5 Tore geben wird. Ich glaube aber nicht, dass es so ganz ein großes Torschützenfest sein wird, wie die letzten Spiele bei den Engländern. Ich glaube aber, dass die Engländer definitiv weiterkommen. Also die Quote hierfür liegt auch noch bei 1,32. Und in der ersten Halbzeit, ich meine, beide Mannschaften haben jetzt im Viertelfinale schon gezeigt, dass sie sehr, sehr früh treffen können. Von daher, ja, ich würde vielleicht sagen eher die Engländer. Oder man geht hier auf Nummer sicher und sagt in der ersten Halbzeit über 0,5 Tore, also dass mindestens ein Tor fehlt, dann ist man immer noch bei einer Quote von 1,5, die, wie ich finde, sehr, sehr gut bezahlt ist und auch sehr, sehr wahrscheinlich ist bei diesem Spiel. Insgesamt glaube ich, dass es ein 2 zu 1 wird für die Engländer. Ich glaube nicht, dass die Dänen sich ohne ein Tor da verabschieden werden, aber insgesamt glaube ich einfach, dass die Engländer die bessere Mannschaft sind und deswegen dann dementsprechend auch weiterkommen werden. Ja, das Ganze, wie immer, jetzt nur meine persönliche Meinung. Schreib auch gerne mal deine Meinung in die Kommentare, wie du denkst, dass die Spieler ausgehen werden. Vielleicht denkst du ja genauso wie ich und gib auch gerne diesem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten auch gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Viel Spaß beim Spiele schauen und dann bis zum Finalvideo.